Sitten on the sidelines, you follow all the guidelines, you wait your turn, follow all the time, live like I can analyze, my strength is like what life is like, a battle just like my side, I say for blow the sideline, but you still watch my blind side Hello and welcome to another new round of Curve Fever and we start now And übrigens, I don't know if you guys are done, or was the mouse tiger at Ghosts? I don't know I don't know, I don't know, I don't know, I don't know, okay, the first two are out, that's already very good You are red Yeah, very good, Lars, that's good, we should win Lass mal, lass mal, lass mal lange, lange, lange fahren und dann so dick machen wie möglich oder so Also noch nicht die Dinge einsammeln Nee, nee Okay, wenn Radiergummi kommt, einsammeln Ja Da hab ich jetzt Bock drauf Schön, nee, nee Ich bin auch von YouTube, ich geh links lang Komms, ach zu scheiß, ich glaub, das wird nix Ja, ich bin draußen Ja, doch Schade, egal, ich denk mal, wir haben öfter die Chance, weil ich glaub, das sind richtige Bobs Ähm, ja, eine Runde haben wir zwar aufgenommen, die letzte Deswegen kam auch gestern keine Folge Weil, äh, Camtasia mein falsches Mikro oder irgendwie irgendwas anderes sammelt man da oben ein Dann werden die nämlich die anderen dicker Bäm, Junge Bäm Na, okay, da kann ich ganz gut durch Na, was glaub Die kommt morgen raus, die Folge, ne? Ja, noch lange rausgezogen Gestern kam, also wir haben auch aufgenommen Nur irgendwie hat er irgendwie mein falsches, also Camtasia hat irgendwie mein falsches Mikro All Oder beziehungsweise irgendwie ein anderes Irgendwie Wheel Talk Irgendwie so Ich glaub, was der PC selber hat, irgendwie das Mikro hat er irgendwie genommen Und nicht mein Headset Mikro Warum der das jetzt umgeändert hat, weiß ich nicht, aber Wie eine Kraft dieses acht Dings wird abgestürzt Das ist halt so Die Leute reagiert nicht mehr und darum bin ich gegen eine Wand gefahren Achso Aber warum dazu ist es bei dir, da frage ich mich ja jetzt auch neu Ja, ich muss ja eigentlich immer einmal neu starten, aber Hast du es vergessen? Kann man ja gleich mit Wir können auch von mir aus ein paar mehr Runden aufnehmen, weil ich da eigentlich relativ sogar Bock drauf hab Ab Ghost, ab morgen kommt was Neues Da wirst du sehen Morgen kommt was Neues? Darksiders? Nein! Jetzt kommt er erst mal runter Was Neues? Ja, bei Call of Duty kommt was Neues Okay Oh, kleiner Hund Oh, falsche Taste Ja, ich bin der Beste Bei Call of Duty kommt was Neues morgen Ein Update oder was? Naja, also ich mach da was Neues beim Video Du machst was Neues beim Video? Ja Also für Mittwoch oder für? Ja, für Donnerstag Achso Heute ist der Mittwoch Ach ja, genau Boah, ich bin so verwirrt, ohne Scheiß, ne Wir haben gerade WoW aufgenommen Das war auch voll ungeplant eigentlich Also das war schon ein geplantes WoW aufnehmen müssen, aber Wir wollten jetzt das Curfiver aufnehmen Das hat dann nicht geklappt Das war einfach nur alle Scheiße Okay, jetzt bin ich nur neuer Typ Ja, das ist ein bisschen doof dadurch immer, dass das abstürzt hat Egal, kannst du ja gleich noch ändern, oder nicht? Ähm, nix Runde Na, einfach Neustand Ja, ja, mancher Und bei Curf Duty machst du was Neues? Ja, was ist das Neues? Bei Neues spielen, oder? Nee Boah, ist das ein Behindertes? Was schreibt der so viel? Ja Ja So, jetzt hab ich ne, also was Neues aus Ne, ne Füchs was Neues ein, oder was, oder? Ja, also, ja Kann man so schlecht Ja, super Kann man jetzt so einen schlechten Tipp geben Äh Äh Wollst du denn lang? Ey, ich hab gedacht, da wär irgendwo ein Loch Ja, da bist du auch schlecht zu erklären Mh, okay Boah, ey Ich fack grad vorab Egal, dann müssen wir die Runde mal durch Und, äh, ja, ist halt nicht so ganz unser Tag, wenn ich mal so schon überhaupt nicht so Jetzt geh ich mal hier durch so Ich hoffe mal, dass ich hier komme ich eigentlich ganz gut lang, ne? Ja, hier komme ich sogar sehr gut lang, mein Gott Scheiße Was mach ich jetzt? Einen Kreis Und jetzt mach ich Geh hier durch Und dann geh ich hier durch Scheiße War ein bisschen too much, glaub ich Ein bisschen too much Ähm Müsst du dann, also, möchtest du gleich schon Call of Duty aufnehmen, oder was? Ich, können wir tun Okay Und du fügst also was Neues ein, ist, äh Neues Intro? Ja Ne Ah, so ne Art Slow Connection Achso So ne Art, was weiß ich denn Outro Ne, aber hab ich auch mal drüber nachgedacht Was weiß ich denn? Gib mir nen Tipp, sag doch einfach Ja, ich kann nicht keinen Tipp geben Hä? Ja, ich kann nicht keinen Tipp geben Falsche Lasse kommt jetzt gleich Obwohl ich sammlele, ich möchte das erst einsammeln, wenn sie schnell sind Weil langsam hat keinen Sinn Nein Ach, ficken Ich hasse das Seid, reagier nicht Egal, die Runde, da müssen wir, da muss ich halt gewinnen Weil die Runde, ich glaub, das wird ja nix mehr mit dir Oder beziehungsweise halt, das ist halt schwer für Warte mal, ich muss den Dick machen zweimal Dann hab ich eventuell ne Chance So, hier lang Hier lang Ja, ja, schneller Ah, war zu spät Scheiße, ne Sekunde eher wär gut gewesen Ach du Scheiße Ich glaub Aber ich muss nicht mehr lange durchhalten Komm schon Das gibt der nicht Enggal, der ist schneller gemacht worden Jawoll! Wuhuhu! Da hat der doch... Da ist nix zwischen Wie meinst du? Ach, da rechts, ne? Ja Mhm Und äh, poor cancer in your safe Das ist also eher so ein 12-jähriger, der jedem Krebs wünscht Und was weiß ich, was der da macht oder so Was... Keine Ahnung, Alter Lass mal auf den Hellblower und lass ihn mal so richtig auf Eier gehen Äh, der hat doch Hellblower Komm, schnock hin Der, 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 der fliegt selber raus! Oh, der Hellblower ist gut, ne? Lass ihn mal dicker machen Ey, ne, ich hab keinen Bock auf den, ey Komm, sammle da rein So, Junge Ey, ich schwör Junge, was ist denn mit dem Hellblauen, Alter? Junge, shut up, Alter Ohne Scheiß, ey Das ist doch die andere Hobbys, ey Lass mal auf den Dunkelblauen gehen Oh, der holt mich ernsthaft raus, ey Obwohl, ne, ich hab ganz gut überlebt über Außen So, hat geht ab Hellblau Jetzt schneiden wir dem Dunkelblauen mal den Weg ab Boah, ich raste aus, ey, es hat behindert, ey Mein Gott, was wollt ihr alle von mir? Fickt euch! Ey, ohne Scheiß, ne? Boah, ne, heute ist so ein Hurentag Sag doch einfach bei Dings Golf Duty Oder kannst du mir da gleich bei der Aufnahme sagen? Obwohl, da kommt ja eh morgen, ne? Ne, morgen? Die Folge hab ich schon aufgenommen Für den, wo ich dann mach Wie? Achso, die kommt ja, achso Ja, dann kannst du mir da ja schon sagen Die kommt ja dann auch morgen dann Ja, die wissen, ey Da kann ich die gleich nach der Runde sagen Naja, weil Curvy als erstes kommen, sagst du? Ja Ich bin einfach in den Ding gefahren War mir scheißegal Alter Boah Ich hab vor der zu oben das Ding auch noch ergenommen, ey Ahhhh Pfff Okay, dunkelblau, dunkelblau Du musst gleich noch Call of Duty freischalten In 17 Minuten Oh, oh Okay, ich muss dir Platz lassen Alles gleich, ich weiß, wo ich langfahre Lass mir Platz dir holen Kann ja sein, dass meine Maus die ganze Zeit klicken hört Aber tut mir leid Warum? Ja, weil Ja, weil Wenn er da die Seite kommt Die Seite reagiert nicht mehr Und dann auf dem Bild hier klickt Dann geht er wieder Dann geht er wieder Und wenn ich die ganze Zeit klick, dann Ja, ich bin ein Flieger so als erstes raus Oh, ne Gewonnen Oh, du schaffst Oh, wie hast du das denn geschafft? Hammer, ne Ohne dass einer einen Strich gezogen hat Da kannst du mal sehen Was ich für Fähigkeiten besitze Ist der Wahnsinn Ich glaube, die gehen beide gleichzeitig immer auf mich, Alter Ja, ich würde gerne Platz gelassen, aber Alter Ich hätte nicht gedacht, dass ich das schaffe Alter Alter Wow Äh Ja, okay, da war vorbei Ich schwör, ne Diese beiden gehen mir so dermaßen auf meine Klötchen, ne Das kannst du dir nicht vorstellen Oh, wie ich abgegangen bin, Alter Fickt euch Ohne Witz, der dunkelblaue, ne Auch geht der mir auf den Sack Dich, dich Ja, ja Fickt dich, alles klar Ja, dann mal schreiben den, Alter Dich, dich, ey Von der ist der deutsche, wusste ich gar nicht Jetzt geht der wie Jetzt geht der hellblaue wieder auf mich Da kommen wir da rein Meine Fresse Boah, du Missgeburt Meine Fresse, ne Ey Ja, die sind aber zusammen, ja Das sieht man schon, weil die sich gar nicht versuchen zu killen Na Ja, dunkelblau, du bist der King Klasse, Spaß dir Nein 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 Die spielen nicht zusammen Der beleidigt ja den die ganze Zeit irgendetwas mit Krebs und so ne Scheiße Und der komisch hellblaues deutsch Welche Farbe bin ich denn? Ah, ich bin der roter Wo bin ich? Ich bin der rot, ne Das ist so eine Missgeburt, ne Oh, ohne Scheiß, Alter Den ruhig mir, den ruhig mir, den ruhig mir, den ruhig mir, den Gern Alter, meine Fresse, ey du Spaß Guck mal, soll ich an Robby suchen, ey Ja, fick nicht hier, ey Verreckt an dem Sieg, ey Ja, ey, deine Mutter ist ein Ess, ey Schnauze Ja Ich hab aber sieben Punkte dazu bekommen Und neun Coins Mh Dann müsst ihr, du hast das Spiel geschlossen Ja, wir auch Ich wollt mehrere Runde aufnehmen Ja, ich muss dann neu starten Ach ja, genau, du musst dann neu starten Ja, ne, ihr lief, alter Fick dich mit deinem Scheiß-Pelblauen So, das war mal ne Wage-Runde für heute Morgen wieder um 18 Uhr Curve Fever Und ja, wenn ihr mitspielen wollt, dann addit uns einfach der Boss 1900 und PMB Games mit ZM Das brauch ich nicht mehr sagen Und äh, ja, bis morgen 18 Uhr, tschüss Ciao